Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu ReRove mit dem Debitor. Wir bauen heute ein ME-System. Wow! Endlich mal! Endlich mal! Ich hab ein bisschen was vorbereitet. Nicht ein Stück gecheatet, als ob das voll die große Leistung wär. Ne, wir hatten wirklich alles da, nur halt alles in 20 verschiedenen Kisten. Ja, das ist das Problem hier an dem Projekt. Eben. Und deswegen machen wir uns heute daran. Ich hab auch die Presses gebraut, die kriegt man einfach mit der Chisseln. Das ist eigentlich richtig cool, oder? Achso, ja, eigentlich schon, weil da musst du nicht so lange suchen. Ich mein, viele Kometen sind hier eh nicht irgendwo gelandet. Ich glaub, es gibt gar keinen eigentlich, oder? Ich habe keinen gesehen. Ja, und dann chisselt man einfach so eine Iron Plate und dann ist alles super. Also es gibt ja sowas so eine Art Kometen, aber das sind nicht die von Applied Energetics. Also die sind von irgendwas anderem. Ja, von Raycraftmann, ne? Stimmt, genau. Haben wir eigentlich noch, ne, haben wir nicht mehr Living Rock, ne? Living Rock? Oh, das weiß ich nicht. Ich mein, es könnte sein, aber... Ich guck hier grad ein bisschen durch, aber irgendwie nicht. Oh, egal. Dann brate ich Steine. Das ist gar nicht gut. Irgendeine Maschine läuft, ich glaub ich, ne? Ja, hier oben. Der macht gerade, ne. Der macht gerade, ne. Ich glaub, da ist noch ein Lava-Generator da hinten angeschlossen, obwohl wir die Windmühle jetzt haben. Oh. Naja, dann. Das kann sein. Ich warte, Silicon. Machen wir das erstmal. Oh, wir sollten mal langsam wieder ein paar Blumen hier machen. Irgendwie wird's langsam leer in unserem Mana-Pool. Wir brauchen ja zur Zeit auch nicht so viel, oder? Ne, deswegen. Wir haben nicht viel gemacht, deswegen war nur genau was noch. Oh. Ich kenne dir jetzt wieder. Oh. Ah, ne, es legt alles gerade. Really? Okay. Dann ist ja gut. War das nicht Roboter, oder was? Ja, warst du gerade ganz kurz. Jetzt geht's wieder. Okay. Die Kiste ging doch nicht auf. Jetzt geht's wieder. Hä? Also, heute lade ich mal nix hoch, ne? Das erste Mal und dann legt's toll. Ja. Nicht wie sonst. Such dir einen Part, Mann. Okay, ich guck mal, was ich hochladen kann. Warte mal, ich brauch noch den Zwick. Der ist bestimmt in der Werkzeugkiste. Sand. Ne. Der auch nicht. Den Zwick? Ja, hast du den? Ja, der ist hier oben drin, glaube ich, oder? Na, warte. Meinst du ein Bond? Ja, um das Portal anzumachen. Ja, da sind hier oben drei Stück drin. Lol. Ja, das ist so wie zu Hause, weißt du? So, boah, ich find das Klebeband nicht. Dann holst du ein neues und irgendwann hast du 300 Klebeband. Spender. Klebebands. Irgendwie schon, ja? Aber mein Vater hatte da eine ganze Kiste voll. Und trotzdem noch neues geholt. So. Weil die Kiste nicht mehr gefunden hat. Ja, genau. Da haben wir die Purflux Crystals. Purflux Crystals? Äh, ja, warte. Da sind zwölf Stück hier drin. Hier. Äh, da. Oh. Aber für das große Ding. Ne, die anderen. Achso, das sind Pure Zettel. Ja, die sind hier. Da. Ah, okay. Ne, für den Controller, aber vier Stück. Ja, stimmt. Warte. Mann. Los jetzt. Dauert. Wo ist hier die Maschine? Ach, hier ist die Maschine. Gut. Da waren Engineering und Tube. Au. Hast du Feuerwerk gemacht? Unknown Technology, weil ich in dieses Gerät reingeguckt hab. Ja, cool. Aber ich weiß ja, wie die funktioniert. Ah, genau. Hier ist es. Ja, das nehm ich. Und dann brauchen wir wieder Silicon. Was allerdings Silizium heißt. Stimmt, das sagen wir immer falsch, ne? Ne, ne, wir sagen ja Silicon. Das ist ja eigentlich richtig. Steht ja da. Aber es ist übersetzt halt Silizium und kein Silikon. Stimmt. Sagte man uns. Aber wir spielen ja auf Englisch, also es ist Silicon. Meinen die schon. Dann warte mal, wo sind denn die Chipsets? Die hab ich. Hast du die schon? Die hab ich. Okay. Ich brauch auf jeden Fall einen, so einen Printed Engineering Circuit. Ja, warte mal. Ja, cool wär, wenn wir noch einen Scrub hätten, ne? Aber, warte, sind wir mal hier drin? Erfalsch. Diamond Chipset. Oh. Was? Gibt ja den Traveler's Belt. Warum hab ich eigentlich noch gar keine Handschuhe mit Redstone drauf? Ja, das ist mal ne gute Frage, Peter. Boah, da muss ich leider mal gucken. Da ist ein Engineering Processor. Sorry. Nice, hab noch mal einen reingelegt. Nice. Warte, ich mach mal nach oben. Ich werde jetzt mit den Elfen handeln. Aber lass sie nicht über den Tisch ziehen, ne? Ne. Da sind sowieso, da musst du immer zwei Steine reinwerfen, damit du einen zurückkriegst. Warte mal, brauch ich acht, ne? Warte mal, du musst zwei Steine reinwerfen. Wenn ich einen zurückkrieg, dann brauch ich... Äh, vier im Sinn, äh, drei dabei. So. Zwei noch. Boah, dann hätte ich ihn nicht heute draufbauen, so. Äh, oder was? Boah, wir kommen eigentlich schon gut voran, oder? Hat schon, hat mal einer reingeschrieben, wie man das Portal auskriegt, ohne es kaputt zu machen? Ich glaub nicht, nee. Nein, weiß das keiner? Ich glaub, es hat mal jemand geschrieben, dass er so viel mal hat, dass er das Portal immer anlässt. Aber da bin ich mir nämlich ganz sicher. Ah, okay. Können natürlich gleich nochmal den Boss versuchen, ne? Genau. Bisschen Copyright-Musik. Und, oh. Wo bauen wir das E-System denn hin? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Ne, überhaupt nicht. Ich hätte das jetzt einfach irgendwo in den Raum gestellt. Oh, Mann. Aber macht ja auch Sinn eigentlich, ne? Am besten oben bei diesen Dingern. Dingern. Warte mal, der muss doch, der muss doch gebraten werden, das Stein. Toll. Ja. Sag schon, irgendwie ist der dunkel. Warum geht der nicht? Da sollen wir das hier. Und. Und. Nice für mein E-Kabel. Und jetzt haben wir gleich schon den Drive. Nice. Zack, zack. Ups. Momentan läuft Minecraft bei mir nicht so gut, aber gleich wieder. Bei mir auch nicht. Da warst du doch 100 bei mir. Ne, warum? Weil ich rinne da nebenbei. Weil ich gerade rinne. Also, das ist glaube ich Minecraft das einzige Spiel, wo du merkst, dass man rendert. Ehrlich? Ja, obwohl wenn du, sag ich mal, die Lastverteilung steuern könntest, dann könntest du sagen, pass auf, Minecraft Kern 1. Ja. Und rendern Kern 2 bis 6. Dann würdest du gar nichts mehr. Ah nein, ich wollte gerade sagen, bei Premiere kann man das, aber das war OBS. Da geht das. Nur bei Premiere nicht. Weil Minecraft benutzt ja nur den ersten Kern. Ja. So wie die meisten Spiele eigentlich. So. Ich habe einen Controller gebaut. Nice. Der Drive steht hier schon. Der Drive steht hier schon. Scheiße. Warte mal, da muss noch Strom dran. Und Energy Acceptable. Ne, da war der Controller. Okay. Ich war mir nicht ganz sicher. Also, wo wollen wir das denn jetzt hinbauen? Alles gut. Ja, am besten wäre ich in der Wand hier, wo wir drauf gucken, ne? Theoretisch. Welche Wand? Ja, genau. Deswegen habe ich auch gedacht, irgendwie hier drüber so. Weil hier machen wir ja alles so, weißt du? Ja. Brauchen wir nur noch ein Stromkabel. Drive könnt dann nehmen. Ich meine, wir werden es bestimmt eh nochmal umbauen, oder? Ja, kann sein. Kann sein. Kann sein. Muss aber nicht. Guck mal, es kann unten ein Kabel dran und dann der Bildschirm. What? Hier unten könnt ihr jetzt ein Kabel dran und dann der Monitor. Stimmt, das ist eine gute Idee. Und oben brauchen wir jetzt noch ein bisschen Stromkabel. Glowstone. Aha. So. Basic Universal. Aber ich mache mal folgendes. Da ist noch ein Schalter da dran, damit wir das auch ausmachen können. Weil sonst lutscht es die ganze Zeit. Ja, stimmt. Und das ist beim ME-System nicht so gut. Golden Electric Tube. Kannst du dich dann um die Diskette kümmern? Die Diskette ist zu früh, ne? Ja, ist so früh. War ein bisschen krass aufgestanden. Ich bin jetzt schon online. Also die Folge ist praktisch so live, wie es nur gilt. Wir nehmen die jetzt auf. Und in zwei... Ja? Sieben Stunden seht ihr die. Vielleicht auch weniger. Krass. Ja, weil du so lange brauchst, um rennen und hochladen, ne? Ich würde gerade sagen, je nachdem, wie lange man Internet braucht. Noch 40 Sekunden, dann habe ich wieder volle FPS-Zahl. Wow. Warte mal. Mach ich das im ME-System-Nummer aus? This is pretty nice. It's läuft leer. It's läuft leer. It's running low in energy. Wie viele Scannen brauche ich denn? 64K? Ja, bis nächste Woche. 4K würde reichen, oder? Erstmal? Ja, eigentlich schon. Nein, wir haben schon echt viel Zeug, aber... Da brauche ich aber ein paar Calculation-Prozessoren und Logic-Prozessoren. Ja, die kannst du ja bauen, ne? Dafür brauche ich Golden Electron Tube. Dafür brauche ich nur Gold, okay. Na, die habe ich schon, warte. Die sind auch hier drin in dem Thermionic Fabricator. Aber hier, 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 hier. Hier, 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 hier. Ich glaube, er ist kaputt. Er schmeißt immer ganz viel Zeug hin. Das ist alles, was du brauchst. Und die Presse ist natürlich auch noch. Und ein bisschen Siliken. Wahnsinn. Laservoll nur von dem Zeug. Wenn er zum Beispiel GLP geben würde, dass er wird sagen, so... Hä? Was soll ich jetzt machen? Warte mal, Gold-Tubes hast du mir aber nicht gegeben. Doch. Hab ich. Ne, nur die Diamond-Dean-Elektron-Tubes. Das ist eine Lüge. Und Golden-Chipsets hast du mir gegeben. Oder muss ich mal hier F5 drücken? Ja, sind wir nicht gegeben. Dann nehmen wir welche raus aus dem Thermionic Fabricator. Achso, sind die da noch drin? Okay. Stimmt. Aber eigentlich habe ich die da hingeworfen. Da ist nicht meine Schuld. Ja, klar. Ach krass, die nehmen wir raus und direkt... Ui, 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 ui. Warte mal. Das ist richtig geil. Richtig Maschine. Richtig geil. Maschine. Warte mal, für vier Kardisketten brauche ich jeweils immer drei Logic-Prozessoren. Wenn ich vier Stück machen wollen würde, brauche ich zwölf. Das heißt, ich brauche zwölf Logic-Prozessoren. Äh, und dafür brauche ich die Inscriber Logic-Press. Inscriber Logic-Press. Na? Wird der Peter schaffen? Maybe. Ah, warte mal, ich will hier dran. Da ist so ein Ding. Du hattest, glaube ich, sogar schon einen, ne? Ein Mars-Ungebar... Ah, nee, das war ein anderer, oder? Ja, das war ein, äh, Engineering. Okay. Obwohl, zehn Stück habe ich schon, geil. Wäre das Pews, der ist von deinem? War das krass, Mann? Boah, beim Mark fand ich mein Gerät immer noch am besten. Welches? Diese Wand vom ME-System, wo du die bestellen konntest. Die war echt komplex aufgebaut, ey. Komplex? Da hat ja auch eine Maschine die Sachen ins Wasser geworfen. Oh. Damit diese Zertus-Dinger entstehen. Das war echt krass. Peter? Need, need Gold Circuit und Silicon. What? Gold Circuit. Er gibt mir alles und dann die Brüche. Oh, ich will, ich will, ich will, ich will. Warte. Wolltest du das hier drin haben? Ja, dann können wir gleich zwei sein gleichzeitig, Mann. Das geht dann super schnell. Stimmt, macht Sinn. High Speed. Silicon ist drin, du brauchst noch so ein, ah, ne, was muss da rein, der hier? Der Gold Chipset, yes. Gold Chipset. Machst du denn auch Disketten oder was machst du jetzt? Äh, ich mach gerade den Terminal. Oh, scheiße. Damit wir auch was sehen können. Ne, ich will nur Sachen reintun. Boah, ich bin mal sehr gespannt, wie voll das nachher ist. Bin ich blöd. Sind die Falschen, ne? Ne, ich hab mir nur nochmal was gecraftet. So. Denk dann, du brauchst jetzt mehr, weil ich auch welche benutzt habe, ne? Ja, ich merk das schon. Okay. Also wir haben schon mal Terminal. Zack. Wir brauchen halt noch ein Crafting Terminal, ne? Ja, das macht Sinn. Okay, dann brauche ich den lieber gleich. Genau, zwei. Fünf. Calculation Press. Hier fehlen eindeutig Hopper dran. Boah, nee. Hier fehlen mehr Inscriber. Okay, ich lass dich mal dein Ding fertig machen, weil dann kriegen wir eine Folge, das sind wir jetzt nur fertig. Und das wär awesome. Ach lol, ich kann das Silizium auch oben hinlegen. Silikon, Mann. Entweder Silikon oder Silizium. Da gleich fertig. Warte mal. Wovon Hunter bauen ist echt krass. Also auch in dem neuen Point, was bald kommt, können wir ja schon drüber reden, werde ich mir auch ein M.E. System bauen. Nee. Doch. Ehrlich? Ich glaub, das ist das Erste, was ich baue. Eine Stunde. Mal gucken, wie schwer das da wird. Wahrscheinlich nicht so schwer wie hier. Okay. Bin auch mal gespannt, wie diverse Leute bauen, ob die wieder nur eine Wand haben mit Maschinen. Oder vielleicht sogar mehr. So, warte mal. Ich hoffe, wir haben genug von den Zertus-Dingern, aber werden wir gleich sehen, ne? Von was für Dingern? Von den Zertus-Quarz. Und Quarz-Glas war ich auch noch. Aber das ist, glaube ich, kein Problem, ne? Äh, Quarz-Glas habe ich auch. Oh, cool. Mach ich so. Und dann so. So. Nein, 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 nein. So. Ich mach direkt noch ein paar Gold-Dinger fertig. Gold-Dinger? Gold-Dinger. Prank. Warte, wo ist hier denn? Oh, schau mal eine an. Warte. Achtung. Achtung. Nur ein Scriber. Mehr ein Scriber. Warum hast du dich denn ein Advance gebaut? Gibt's ja gar nicht. Glaube ich. Doch. Ehrlich? Nein, verarsche. Voll um. Und ich gucke noch nach, Mann. Okay. Jetzt left. Warte, wir brauchen das geile Ding. Wie weit bist du mit deinem Skit-Pirror? Fast fertig. Okay. Also, warte, das war's fertig. Ich habe jetzt die, ähm, Logic-Prozessoren. Ich habe auch mehr gemacht. Also, wenn du noch welche brauchst. Ich brauche eine, äh, die, die Calculation-Press. Die ist gerade, äh, ah, ne, warte, ist okay. Warte, hier. Da, das. Bin ich gleich voll, Mann. Die brauche, nein, 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 nein. Warte. Okay. Pink-Player. Hier ist dein Zettos-Glas. Mann, Mann. Nein. Ich brauche mehr Glas. Ja, aber. Gib mir eins. Äh. Oder wollte ich ja nur geben, damit ich sehe, wie das aussieht. Ja. Damit du weißt, wie du, wie du es craften kannst. Kannst du R draufdrücken. Bist voll, oder was? Ja. Baudi, ich stelle los mit dir. Baudi, ist Kette. Schnell. Der gibt mir noch Glas. Ach so, was ist noch? Ja. Nein, jetzt hat er die Chipsets. Die Chipsets. Quatschipset. Wo ist das? Ah, hier. Oben Kiste. Oben Kiste. Oben Kiste, Mitte, rechts. Aha, nice. Habe ich jetzt das Glas schon? Ich habe dir eins gegeben. Ah, ich habe dann das. Warte, ich habe das hier. Und das. Und Glas. Oh, das ist gut. Zack. Ja, das ist nice. Was meinst du, wenn irgendwann meine Questreihe kommt mit dem E-System, dann haben wir das schon fertig. Dann sagen wir, fickt euch. So. Boah, ne, ich habe alles falsch geworden. Ne, Quatsch. Alles Spaß, ey. War das gut? Und? Warum das denn? Ich habe Shift gedrückt, da kommt noch Holz rein in den Crafting. Achso, dann warst du, Leute. Ja, dann gehe ich halt nach oben. Oh, nach oben? Ne, das war der falsche. Wo ist denn jetzt der Prozessor? Nicht rausgehen? Nichts gebaut. Oh, hier. Hä? Logic Prozessor, Redstone. Feuerwerk. Und zack. Und, Diskette fertig? 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 Guck oben rein. Guck oben rein. Wow. Hä? Und da muss jetzt noch dieses Zertus-Squartz. Äh, echt? Ich habe drei Stück. Habe ich rausgeworfen. Wo? Ich brauche zwölf. Zwölf? Ne, für mehr Disketten brauchen wir aber mehr. Warte mal, 1, 2, 3. Boah, das wird eine XXL-Folge, ja. Wir machen das jetzt noch fertig. Ne, hau raus. Hau raus, komm. Tu rein, tu rein, tu rein, tu rein. We need more Zertus-Squartz now. Ja. Wenn wir währenddessen noch im Zertus-Quartz craften, will. Okay, mach das mal fertig. Und ich mache hier alles rein, okay? Ist das cool? So. Noch mehr? Haben wir bei kein Zertus-Quartz-Seed-Essenz-Zeug mehr. Oh, scheiße. What? Braucht noch einen Calculation Prozessor. Glaube ich mir den. Calculation Prozessor? Ja. Was ist das mit Diamond? Zertus-Quartz. Okay, mach ich dir fertig. Dafür brauche ich drei und dann hätten wir drei Disketten. Drei? Krass. Ne, vier, sorry. Vier? Vier. Ach du Scheiße. Papier hier. Vier Stück, warte. In der Mitte ein Quarzglas, darum Redstone und oben das Ding. Ich bereite das vor. Papier hier. Zertus-Quartz. Ach so, du hast mir die anderen Sachen schon zugeworfen. Perfekt. Ja, Mann. Wir arbeiten gerade auf Hochtouren. Und dann können wir endlich alles hier reinwerfen. That's pretty nice, Mann. Ach genau, Zertus-Quartz haben wir aus den Blumen, ne? Aus den, aus den, genau. Aus den, genau, aus den, richtig. Ja. Und, okay, Prozessor sind fertig. Wohin? Hier? Ups. Hier unten. Wow. Okay, und jetzt müssen wir noch die Story. Schnell, 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 schnell. 20 Sekunden noch, Peter. Warte. War das so? Glaub schon. Pack da meine Mitte. Aha. Aha. Oben. Hier. Und dann. Wow. Lyskette fertig. Nice one. Wir haben endlich ein nächstes Team. Wenn euch das gefallen hat und die Folge so nochmal lange war, dann lasst ruhig mal einen Daumen nach oben da. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Das war's heute Reinhardt und schönen Tag. Und bis dann. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.